Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 44.160 US-Dollar. Wenig Bewegung seit gestern, seit dem Livestream. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und bevor ihr es vergesst, lasst das Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr noch Bock dazu habt, aktiviert die Glocke, damit ich euch richtig auf die Nerven gehen kann. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 44.160 US-Dollar. Wir halten uns relativ stabil über dieser 44.000 US-Dollar-Marke. Wir hatten nochmal eine kleine Rejection hier in dem Bereich bei 44.400 US-Dollar circa. Also ihr seht, wir konsolidieren hier, sag ich mal, noch um dieses mögliche Rising-Redge. Wobei ich aber auch gestern schon dazu gesagt habe, shortet dieses Ding nicht. Niemals jetzt momentan irgendwie in irgendwelche Short-Trades reingehen, weil wir das Thema auch gestern in den Livestreams hatten. Einfach nicht irgendwo blind reinschorten momentan. Wochenende steht vor der Tür. Sowieso gilt da dann nochmal nicht unbedingt irgendwelche Trades aufmachen. Wir kommen halt jetzt in wirklich entscheidende Zonen. Für mich ist weiterhin so, der Gameplan, sag ich mal, dass wir übers Wochenende wirklich hier in diesen Bereich rein könnten, bis ungefähr knapp 48.000 US-Dollar. Hier liegt dieser Monats-R1-Widerstand. Das heißt, wir könnten hier einen Haufen Liquidität einfach mal rausnehmen. Pump nach oben, vielleicht hier übers Wochenende noch ein bisschen konsolidieren. Am Montag nochmal ein Retracement, sag ich mal, nach unten kriegen. Vielleicht sogar in den Bereich von 43k, bevor wir dann wirklich mit frischer Liquidität und frischen Impulsen, sag ich mal, in der neuen Woche diese Zone endgültig als Widerstand rausnehmen und dann nach oben pumpen könnten. Wir können uns das mal ganz kurz auf den Daily-Chart angucken. Also ihr seht, es ist eigentlich nur noch diese Wucht hier. Danach kommt noch so eine kleine 8-Stunden-Supply-Zone bei ungefähr 52k. Und dann kommen unsere 56k. Also ihr seht, es geht Step-by-Step jetzt langsam voran. Was uns einfach noch fehlt, ist dieser letzte Move. Also diese wichtige Zone, einfach um nochmal ein Höheres hochzubilden. Ist extrem wichtig, sag ich mal, für den weiteren Verlauf. Der Trend ist intakt. Der RSI sieht auf dem Daily auch noch absolut okay aus. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben. Könnte sogar bis 56k reichen. Ist natürlich jetzt erstmal in den Raum geschmissen, weil wir nicht wissen, was so die nächsten Tage oder Wochen jetzt passiert. Ansonsten, dieser Bereich wird kritisch einfach. Die 48k, hier liegt auch der 200, der SMA. Auf dem Daily sieht man hier auch noch ganz schön. Es wird hier wirklich interessant und hier wird sich auch mitentscheiden. Nein, ich vermute nicht, dass wir jetzt gleich hier durchstoßen können. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dann wirklich so ein riesiger Impuls kommt, dass wir hier sofort durchbrechen können. Aber gut, es ist dann alles eingeplant. Wenn wir da oben reingehen, Liquidität rausnehmen. Einen kurzen Dump, in Anführungszeichen. Wo es dann wieder heißt, der Bullrun ist vorbei. Ne, Spaß beiseite. Wo wir einfach nochmal einen kleinen Rücksetzer kriegen. Einfach nochmal vielleicht ein paar Longs recken und dann wirklich die Fahrt nach oben hin aufnehmen. Das ist so momentan der Gameplan. Wichtig ist ein höheres Hoch. Auch die 48k rausnehmen. Weekly Close hatten wir gestern auch das Thema. Viele haben gesagt 44,5. Ich bin dann eher so der Meinung, also wichtig wäre persönlich für mich, Weekly Close über 45,5. Heißt, wir hätten auch hier ein höheres Hoch dann auf dem Weekly Chart gebildet. Wäre extrem bullish, weil wir einfach das Hoch rausgenommen hätten. Dann neue Woche, kurzer Damm, kurze Korrektur und dann mit Schwung nach oben. Das ist so dieser Gameplan, den ich jetzt momentan im Auge habe. Ich glaube, Volumen auf dem Daily ist auch noch nicht so überragend, aber das Problem mit Volumen haben wir, ehrlich gesagt, schon seit Monaten, dass wir abfallendes Volumen haben. Dürfen wir jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Kommt schon dann irgendwann, wenn wir da alle frohmo reinrennen. Ansonsten gibt es bei Bitcoin weiterhin wenig zu sagen. Wir sind weiterhin in einem Abtrend des Rising Rage. Einfach im Auge behalten. Bitte nicht shorten. Behaltet es einfach im Auge als mögliche Supportzone. Hier verlaufen auch die vier Stunden E-Mail-Ribbons. Solange auch diese halten, ist alles bullish. Zumindest einigermaßen bullish, sage ich mal. Richtig bullish wird es dann erst über 45k. Ansonsten sieht es gut aus. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat jetzt hier zum Beispiel das Rising Rage nach oben hin verlassen. Wir sind hier oben noch ein bisschen konsolidiert und gehen jetzt weiterhin nach oben. Volumen nimmt halt jetzt deutlich ab. Gut, wir haben jetzt Wochenende. Heißt auch hier, Vorsicht, jetzt auch nicht irgendwie nochmal in irgendwelche Long Trades reinrennen. Ihr kriegt eure nächste Chance. Man kann nicht alles mitnehmen. Habe ich auch gestern des Öfteren im Livestream gesagt. Ausbruch hatten wir. Wir hatten fast einen bestätigten Ausbruch. Kann man fast so sehen. Und jetzt müssen wir einfach abwarten. Wir haben es noch nicht geschafft, ein höheres Hoch zu bilden. Wir haben immer noch dieses Hoch von hier drüben bei ungefähr 3270. Das heißt, wir sind weiterhin in einem Downtrend bei Ethereum. Auch wenn wir jetzt höhere Tiefs bilden. Wir haben aber noch kein höheres Hoch. Heißt, dieses Hoch muss auf jeden Fall raus. 3275. Wenn nicht sogar, bullischer Versi, 3400 US-Dollar. Ist zwar noch ein steiniger Weg nach oben. Wir haben auch hier noch den Monats-R1, der genau auch hier in diese Zone reinfällt. Also es wird sich hiermit entscheiden, sage ich mal. Könnte dann der gleiche Move bei Bitcoin sein. Ich sage mal hier 3400 US-Dollar. Bei Ethereum würden dann ungefähr vielleicht Richtung 48k bei ungefähr Bitcoin bedeuten, wo wir auch unseren R1 haben. Montag vielleicht nochmal ein Dump in die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Wäre dann nochmal eine ordentliche Korrektur von 10% und dann hier auch mit Schwung nach oben. Also ihr seht, die Konfluenz ist da so ziemlich. Die Altcoins bewegen sich auch relativ gleich jetzt wieder mit Bitcoin. Wir schauen uns mal Cardano an, nachdem wir unser schönes Breakout hatten. Ziel haben wir fast erreicht. Wir sind bei 1,20 Dollar momentan stecken geblieben hier in dieser kleineren Widerstandszone von unserem letzten High. Aber es ist auch noch alles absolut im Rahmen. Also wir haben auch hier noch den Trend intakt im RSI bei Cardano. Volumen nimmt zwar jetzt auch ab, aber im Gegensatz zu vorher ist das Volumen immer noch krass da. Also auch hier bitte nicht reinschorten. Mögliche neue Long-Positionen wahrscheinlich eher so in diesem Bereich, wo der Monats-Pivot liegt bei ungefähr 1 Dollar. Das ist einfach diese psychologische, wichtige 1 Dollar-Marke. Aber auch hier wenig Änderung. Solana hat auch so ein hässliches Chart-Pattern. Habe ich jetzt nicht mehr eingezeichnet. Man kann es leicht erkennen. Da kommen wir jetzt hier in diese Neckline rein. Also auch hier wäre da vielleicht jetzt übers Wochenende würde ich auf jeden Fall keine Long-Positionen aufmachen. Finger weg, auf jeden Fall. Egal ob Short oder Long. Vielleicht dann nochmal ein Retest von diesem High. Und dann auch das Ziel Richtung Monats-R1 mindestens 123 US-Dollar. Man sieht es auch hier. Rejected, rejected. Jetzt sind wir genau hier wieder. Also es ist wichtig diese Zone, diese 4-Stunden-Supply-Zone dann als Support vielleicht nochmal zu bestätigen. Und dann den Schwung nach oben hin mitzunehmen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für einen neuen Trade. Volumen bei Solana hat auf jeden Fall zugenommen. Auch hier mögliches Breakout in den nächsten Stunden, sage ich jetzt mal möglich. Schauen wir uns das so meine Lieblings-Coins an. Momentan Litecoin hält sich auch gut bei 125 US-Dollar. Volumen gleichbleibend. Alles absolut noch im Rahmen, würde ich sagen. Hier, würde ich sagen, haben wir nicht dieses Pattern, wo wir überall haben. Das ist dann eher schon so ein hässlicher doppelter Boden. Neckline ungefähr hier beim R1 bei 141 US-Dollar. Aber ihr wisst, Litecoin bin ich bullisch gestimmt über Wochen, Monate aufgrund des Litecoin-BTC-Charts. Könnt ihr gerne mal in der Telegram-Gruppe vorbeischauen. Da habe ich es gepostet vor ein paar Tagen oder ich glaube schon vor einer Woche. Könnte auf jeden Fall noch interessant werden. Und was können wir uns denn noch ganz kurz angucken? Wo haben wir denn noch momentan? Also Schieber läuft der Trade auch momentan noch, tut sich wenig. Aber auch hier erwarte ich, dass ich in den nächsten Stunden über das Wochenende, wer da jetzt in keinem Trade drin ist, lasst es lieber. Aber auch hier erwarte ich dann nochmal einen Move. Und noch ganz zum Schluss, IOTA. Auch hier könnten wir noch diesen Move sehen. Gleiches Chart-Pattern, Symmetrical-Triangle-Ausbruch. Hier braucht man noch ein bisschen mehr Schwung, um über den Monats-Pivot zu kommen. Und dann kann es auch relativ flott gehen in Richtung mindestens 0,91 Dollar, wenn ich sogar hier oben in die 1 Dollar marke. Also da bin ich jetzt auch erstmal bullisch gestimmt bei IOTA. Der Rest, ansonsten ist der Markt relativ neutral momentan. Ihr seht es so zwischen 1 und 2 Prozent, teilweise Plus, Minus. Also absolut im Rahmen nichts Überbewertetes momentan. Sieht gut aus. Warten wir das Wochenende ab, nicht reinschorten. Ansonsten schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Play-to-Earn gegen Rekordinflation in Argentinien. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wir bekämpfen die Inflation einfach mit Spiel. Oder wir verschenken wie Deutschland einfach Geld. Machen ein auf USA und verschenken ein bisschen Helikoptergeld. Subventionieren dann noch an irgendwie Russland, indem wir einfach die Benzinsteuer senken, anstatt einfach die Rohölkonzerne anzugreifen. Aber jetzt wird es zu politisch. Deswegen zurück zu Play-to-Earn. Play-to-Earn gegen Rekordinflation. Ja, auch eine Möglichkeit. Vielleicht wird es irgendwann mal gemacht in Deutschland. So jeder FIFA-Spieler oder so kann sich dann seinen Lebensunterhalt verdienen. Was weiß ich. Wenn euch der Artikel interessiert, ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Genießt das sonnige Wetter. Gönnt euch ein Eis. Gönnt euch Kekse. Was weiß ich. Gönnt euch einfach irgendwas. Nicht so viel vor dem Chart sitzen am Wochenende. Ich weiß. Ist einfacher gesagt als getan. Ansonsten. Ihr seht es hier noch am Rande. IOTA-Cardano-Chartanalyse von gestern. Ist noch relativ aktuell. Könnt ihr euch auch gerne noch reinziehen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Freue ich mich drauf. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Wünsche euch einen entspannten und sonnigen Freitag. Schönes Wochenende. Wir hören uns morgen wieder. Und wie immer. Stay Crypto. Und lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Stay Crypto. Ciao, ciao.